Servus, ich bin der Johannes von Ortovox, verantwortlich für die Averbeck-Rucksäcke. Und ich zeige euch jetzt, wie ihr in einem Fall von einer Lawine das System richtig auslöst. Wichtig ist wieder, dass ihr alle Schnallen geschlossen habt und die Beinschlaufe angelegt habt. Zum Auslösen den Auslösegriff kräftig und ruckartig ziehen. Zum Lüften die Ventilsicherung öffnen und die Sicherung nach unten ziehen. Zum Falten des Airbags beginnen wir, die unteren Flügel nach oben einzuklappen und ungefähr eine Linie zu bilden mit dem Rucksack. Die Seite so falten, dass hier der Eingang der Venturi-Einheit nicht verdeckt oder blockiert wird. Dann beginnen wir mit der rechten Seite, die nach innen zu falten, auf die Höhe der schwarzen Box und dann mit hin und her einfach. Wenn die rechte Seite in der schmalen Bahn ist, machen wir das gleiche mit der linken Seite. Hier drauf achten, dass wirklich die Venturi-Einheit nicht blockiert ist. Und dann die schmale Bahn ungefähr Handbreite nach unten zusammen falten. Die Restluft kann einfach über die Nadel der Venturi-Einheit entweichen. Dann falten wir den Airbag in die Tasche, dafür die ganze Bahn nach unten klappen und wieder. Zum Schließen der Airbag-Tasche den Reißverschluss auf die andere Seite führen und mit dem Reißverschluss die Airbag-Tasche schließen. Auf der anderen Seite den Reißverschlussschieber in die vorgesehene Sicherung einführen. Damit ist der Airbag richtig gefolgt. Das ist der Airbag-Tasche. Das ist der Airbag-Tasche. Das ist der Airbag-Tasche. Das ist der Airbag-Tasche. Das ist der Airbag-Tasche.